Wir kommen zurück hier In der Bischofs Gleich mit einem Kampf gestartet Apokalyptische Welt Ja super 90 Das ist die Schaufel von Faust Ja Wo ist das Busch? Ja Und wenn du den Sport hast Vorne sind noch Gegner Wirken ich glaube wir gehen noch nicht hin Wäre ich ihm töten? Nein Noch nicht Was? Wir müssen hier rein oder? Ja Können wir hier rein? Ein zweiter Oder? Ich muss mich Was ist das? Was ist das? Das sind die Elite Gegner Ist das Kopfgegner? Ja Nee Nee Kann man nicht Das ist nur so vor Boote Bösen Ich bin ja super 90 Die will ich mir mal ganz kurz anschauen Ja Ich hatte nie mehr Schroffende gespielt hier Ich auch nicht Außer mit einer abgesägten Pistole nehmen kannst Hier gibt es Munition 1.500 Schaden hat es schon Ich glaube ich benutze die Leute einfach mal aus Spass Also nicht Mach ich jetzt auch Ja improch Dose gucken Dose gucken Dose gucken Gestein Genau um Teile zu legen Gute Ideen wir keine Teile zu legen Was ist das? Weißt du denn was? Ich auch Ich hab ihn nicht getan Ich hab ihn nicht getan So Das will ich haben Die alte Rosette Die alte Rosette Also wenn die so krass ist wie in Rainbow Six Das ist cool Wut Wut Alle ready? Ja Wir müssen raus Wir müssen das game Jetzt kannst du das gehen Wut 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 Natürlich nur treffen Deine Rüstung ist weg Nice Ich hoffe das ist cool Musst du mal ausprobieren So jetzt kommt das Kopf guys Ja Bitte eine abgehen Ich hab selber welche Ich hab mal gerade eine neue Wir haben noch mehr Ich hab den Ich hab den Ich hab den recht bekommst ihr mich nicht wir haben gehört dass du alles nötige gefunden hast prima ich hoffe du hast keine blutflecken auf der ausrüstung die kriegt man nur ganz schwer wieder raus hier gibt's ne küsse und das ist bei 90? ich find geil hier blutsch ich find keine Pistole ne chili, Vanilli, Donut ist da Chili drin oder? Chili, Chili ne mit meinem Satz ah Chili Chili wir haben noch zwei Kämpfe und zwei Missionen hier da hinten ist noch ein blauer Kampf das ist ja keine pfff ah wir haben sogar drei Kämpfe dahinten ist noch ein blauer Kampf ganz links rpk 74 classic ja aber nur den Bauplan ne Waffe ähm siehste das könnte ich auch mal aus als MG die Typen immer unterdrücken weißt du Problem ist nur dass sie dann ständig hinter der Deckung hängen und müssten müsstet ihr flankieren also sonst kommt die ja nicht vor sonst kommt die ja nicht vor und Waffen holzt du wo wollt ihr jetzt hingehen? wir haben noch zwei Missionen und drei Nebenkämpfe da ja gehen wir zu der Nebenquest oder was guck mich meine Güte Schätzchen ich hab schlechte Nachrichten ein paar sehr nette Leute werden von Plünderern als Geiseln festgehalten was ist nur aus der Moral der Leute geworden ich schicke dir die Koordinaten Melchie das ist ein Stadtteil was kommt manhattan von New York manhattan von New York ja und manhattan ist das manhattan ist das ja und das ist ein Stadtteil chelsea Pennsylvania Plaster Hudson Yard Hell's Kitchen Clinton Klammerpla 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 Klammer 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 nicht in London nein ja Chelsea ist auch in den ja 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 Insurance Kai die die Das war's für heute. Geh rein! Los! Wir sind hinter dir! Bewegung! Los, los, los! Wollen wir den mal auf die Fresse hauen? Der hat nur eine Sekunde dauern damit. Ja. Ich habe einen Terrorcord. Wollen wir den? Wollen wir den? Wollen wir den? Wollen wir den? Ich habe einen Terrorcord. Wo kommen diese Dinos her? Ohne sie wäre es ganz anders ausgegangen. Das war ein guter Kampf. Oh mein Gott! Hast du every of neues Video schon gesehen? Scheiße, das ist total geil! Sie sieht so toll aus! Hast du gehört, dass sie mit dem Sänger dieser schwedesten Band ausgeht? Was? Niemals! Oh, der ist so süß! Sein Haar ist göttlich! Ich liebe ihn so sehr! Sie muss das glücklichste Nerfchen der Welt sein! Hör auf zu telefonieren! Du musst dir die Nachrichten ansehen! Ich muss auflegen! Mama, du leidest! Ich rufe wieder an! Okay, dann bis später! Bye! Genau! Ja, das Last Man Battalion ist völlig irre! Das LNB macht mehr Angst! Die Tür zu! Die Tür zu zu! Ähm, warte mal kurz! Die Schulden uns was? Negativ! Ich will mal ein paar Molzen an meinen MG bauen! Sie sind im Anmarsch! Anlegen nicht möglich! Ach ja, ich bin nicht möglich! Pff! Meine in die Gegner ist da! Mein Finger wird langsam nervös! Äh! Weggeschrotet! Ich nehme was ich kriegen kann! Das muss dich! Deswegen wird scheiße wieder gutastet! Ltern! Weggeschrotet! Scheiße! Mach4ig w of, mach3ig ju rad! Nein! Ja! Äh! Wie Wissenschaft faiza! Das muss ich教4 ich mich sagen! Da skirtvolum! war hier was? Spoiler, aber wisst auf, wenn du alles noch tot hast, dann ist er bei euch so gut. Endlich, ja, vielen Dank. Das ist es. Schätzchen, du hast wohl heute ordentlich Spinat gegessen, wie es aussieht. Ich habe gehört, die netten Leutchen kommen alle wohlbehalten zurück. Ich werde ihnen ein leckeres Toonfisch-Sandwich vorbereiten. Ich werde ihnen ein leckeres Toonfisch-Sandwich. So, und an dieser Stelle sage ich auch mal wieder, falls euch das Video gefallen hat. Lass doch einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann nicht. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.